Ich höre mich auf seine Toren. Ja. Aber leider ist das nicht mein Platz, nein. Muss ich wieder freigehen, aber nicht umsonst. Für die immer noch in Zügelde junge, hübsche Dame. Und für den ebenso attraktiven jungen Begleiter. Ich höre mich auf seine Toren. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus Merci und Genial! Applaus 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 Applaus